Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr dieses coole Teil hier machen könnt. Und zwar ist das so ein Ding, was man in einen Ordner heften kann. Deswegen sind hier auch solche Löcher. Und da könnt ihr dann halt so ein bisschen was organisieren oder diese Haftnotizen benutzen und so. Und ja, genau, das seht ihr in diesem Video. Und das ist auch eines meiner Back-to-School-Videos. Es werden nicht viele davon kommen, aber vielleicht ein paar. Also, ganz sicher ein paar. Und ja, das ist auch das erste Video meiner Video-Woche. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß auch schon, dass diese Woche eine Video-Woche stattfinden wird. Und das bedeutet, dass jeden Tag um 11 Uhr ein Video online kommt. Gestern ist ja auch ein Video online gekommen. Und jetzt heute Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und auch wieder Sonntag. Und dann kommen wieder ganz normal jeden Sonntag Videos online. In diesen Videos, vor allem in diesem Video hier, das war, glaube ich, das aufwendigste. Naja, es gibt noch eins. Das kommt am Freitag online. Das ist auch mega aufwendig. Die sind alle mit mega viel Aufwand verbunden. Deswegen würde ich mich wirklich mega freuen, wenn ihr immer vorbeischaut. Und falls es euch gefällt, einen Daumen nach oben gebt. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mit diesem Video an. Als erstes braucht ihr mal ein bisschen Papier. Um genau zu sein, zwei verschiedene Papiere. Beziehungsweise ihr könnt das halt eigentlich mit auch nur einem Papier machen. Aber ich habe es jetzt mit zwei verschiedenen gemacht. Eins glänzt und eins ist eher so matt. Und dann braucht ihr auch noch ein paar Stifte, um einfach da was drauf zu schreiben. Auch noch einen schwarzen Stift und halt bunte irgendwie. Eine Schere, um halt das Papier zu schneiden. Dann ein Lineal, um Linien zu ziehen. Ein Skalpell, beziehungsweise Präzisionsmesser, um Tafelfolie zu schneiden. Oder eben auch, um Washi-Tape zu schneiden. Dann noch ein Behälter für Kreide. Etwas Verzierungsfarbe. Noch mehr Verzierungsfarbe. Etwas Tesafilm. Dann natürlich auch noch die Kreide. Ein paar Haftnotizen. Ein paar Marker. Dann natürlich noch die, gerade eben schon erwähnte, Tafelfolie. Ein Block, beziehungsweise einfach nur Papier. Und dann noch eine Blockrückseite. Im ersten Schritt braucht ihr als erstes eure Blockrückseite. Oder eigentlich könnt ihr auch irgendeine Pappe nehmen. Dann euer schönes Papier. Eine Schere. Und dann reißt ihr einfach erstmal euer Papier aus. Musik Dann beschmiert ihr eure Blockrückseite mit Kleber, um dann das schöne Papier drauf zu kleben. Musik Ich habe jetzt das Matte genommen, um dann das Glänzende für die besondereren Stellen zu nehmen. Da müsst ihr natürlich noch das überschüssige Papier abschneiden. Musik Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr eigentlich nur noch Löcher durchbohren. Und dann seid ihr fertig. Musik Im zweiten Schritt braucht ihr natürlich das, was ihr gerade im ersten Schritt schon gebastelt habt. Noch etwas Tafelfolie und euer Skalpell. Dann schneidet ihr die Tafelfolie so zurecht, wie ihr sie halt haben wollt. Ich habe die jetzt so ungefähr auf ein Viertel der Seite geschnitten. Und dann nehmt ihr euren Kleber und macht den schon mal auf eurer im ersten Schritt gebasteltes, damit die Tafelfolie besser hält. Meistens ist die selbstklebend, aber sie hält dann halt einfach besser. Musik Da müsst ihr noch den Überschuss abschneiden. Und falls ihr noch irgendwelche Lücken habt, könnt ihr die einfach mit einem Edding anmalen. Musik Im dritten Schritt braucht ihr noch zu eurem gerade eben schon gebastelten noch etwas Papier. Ihr könnt das gleiche nehmen, aber ich nehme jetzt das gleiche nur glänzend. Und noch ein paar Marker. Dann schneidet ihr einen Streifen ab und lasst, wenn die Marker da drin hängen, so noch ungefähr zwei Zentimeter jeweils an den Seiten Platz. Musik Dann könnt ihr auch schon euren Streifen ankleben. Ich würde das auf jeden Fall machen, wenn die Marker da drin sind, weil man dann halt auch weiß, wie viel Platz die Marker dann brauchen und so. Musik Dann könnt ihr auch schon eure Marker da reinhängen. Musik Im vierten Schritt braucht ihr eigentlich nur noch eure Haftnotizen und etwas Kleber. Und ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Wir kleben einfach unsere Haftnotizen auf das Blatt. Musik Das hier ist eigentlich auch ein relativ selbsterklärender Schritt. Wir brauchen einfach nur unsere Kreide und unseren Behälter für die Kreide und kleben dann halt den Behälter auf das Blatt und tun dann die Kreide rein. Musik Für den sechsten Schritt braucht man etwas mehr und zwar noch ein Block bzw. ein Blatt Papier, Stifte, ein Lineal und auch noch eine Schere und dann natürlich auch noch ein Kleber. Und zwar malt ihr jetzt erstmal auf euer Blatt Papier ein Kästchen oder was auch immer, wo ihr halt euren Stundenplan reinschreiben könnt. Und dann könnt ihr einfach eure Linien ziehen, Zeiten reinschreiben und halt auch die Stunden reinschreiben. Musik Wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr den anbauen. Im siebten und letzten Schritt geht es eigentlich nur noch darum, um es noch ein bisschen zu verzieren. Aber ich habe ihn auch nochmal in drei verschiedene Schritte unterteilt. Für den ersten braucht ihr einfach ein bisschen Farbe, einen Pinsel und Tesafilm. Mit Tesafilm könnt ihr ein Stückchen von der Tafelfolie abkleben. Und dann malt ihr den Rest mit der Farbe an und dann zieht ihr den Tesa wieder ab und dann habt ihr einen coolen lila Streifen. Musik Für 7.2 braucht ihr eigentlich nur noch ein bisschen Washi-Tape und Kleber, damit es wieder besser hält. Und dann sucht ihr euch einfach eine Stelle aus. Ich habe jetzt den rechten Rand genommen bis runter zur Tafelfolie, wo ihr euer Washi-Tape hin kleben wollt. Musik Im jetzt wirklich letzten Schritt benutze ich diese Pearl Paint. Und ja, sonst braucht ihr eigentlich auch nichts. Und damit mache ich einfach von der Farbe her abwechselnd Punkte auf die Tafelfolie. Dann ist das irgendwie nochmal so eine Unterteilung zwischen dem anderen Teil und der Tafelfolie. Musik Das könnt ihr natürlich in ganz vielen verschiedenen Varianten machen. Aber ich finde meine Variante echt ganz schön. Ihr könnt ja gerne mal beim i abstimmen, wie ihr sie findet. Musik Das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, das war wirklich mega viel Arbeit. Also ich saß da, glaube ich, drei Stunden oder so dran, das zu basteln. Und der Schnitt ist auch nochmal mega aufwendig. Also ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nachmachen würdet. Das kann man wirklich super in den Ordner heften, um halt so ein paar Haftnotizen zu haben und so. Auf diese Tafelfolie kann man ja dann, keine Ahnung, auch irgendwelche Notizen schreiben für den nächsten Tag. Oder ich weiß nicht wofür. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Musik 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 Musik